Unsterblich. Mondblässe. Zum Anbeißen schön. Hair on Flink. Los geht's! Hallo zusammen! Zuerst pinne ich diese billige 10 Euro Plastikperücke mit Stecknadeln, die ein Köpfchen haben, auf einen Styroporkorb fest, damit sie nicht runterrutschen kann. Mit einer großen Haarklammer stecke ich alles weg, was nicht zum Pony gehören soll. Und dann geht's auch schon los mit dem Schneiden. Ich schneide den Pony in eine V-Shape oder auch eine Möwenform, die relativ rund übers Auge und spitz zum Näschen zugeht und dünne den Pony hier und da immer mal wieder aus, indem ich mit der Schere senkrecht von unten reinschneide. Mit einem Glätteisen auf einer niedrigen Stufe forme ich mir den Pony jetzt nun ein bisschen runder und korrigiere alles noch ein bisschen. Ich benutze hier übrigens eine simple Bastelschere, da eine Haarschneideschere für sowas viel zu schade wäre, da ich hier offensichtlich kein Haarschneide und auch kein Kanekalon, sondern wirklich billiges Karnevalsplastik. Das war mal wieder so eine spontane Aktion. Und jetzt geht's mit den Längen weiter. Ich schaue, welche Gesamtlänge ich ungefähr haben möchte und wo der höchste Punkt hinten sein soll. So ein Undercut hatte ich mir überlegt. Das ist auch das erste Mal, dass ich so einen richtigen Schnitt bei einer Perücke mache. Aber dafür ist es eigentlich ganz in Ordnung geworden. Ich habe mir das so überlegt, dass die Perücke hinten halt relativ kurz ist und nach vorne ein bisschen länger wird. Sowas Asymmetrisches. Das finde ich ganz schön. Ich habe mit der Schere auch immer mal wieder ein bisschen diagonal ins Haar reingeschnitten, um die Enden ein bisschen fransiger zu gestalten, dass es sich unten nicht alles so aufbauscht und ein bisschen feiner wirkt. Und dann habe ich auch wieder mit dem Glätteisen gearbeitet. Um diesen lästigen Billigglanz wegzubekommen, benutze ich jetzt ein Trockenshampoo. Ihr könnt aber auch Babypuder verwenden. Das Ganze sollte anschließend natürlich sehr gut ausgeschüttelt und ausgebürstet werden, sonst habt ihr Rückstände im Haar und das sieht auch wieder nicht schön aus. Um der Perücke den letzten Touch zu geben, darf das Styling natürlich nicht fehlen und da gehört wieder eine Menge Haarspray und Föhnen dazu. Aber das seht ihr dann im nächsten Video, wo ich dann das passende Make-up dazu schminke und sich das ganze Puzzle zusammenfügt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dann, spukige Halloween! Bis dann, spukige Halloween!